tja leute also ich grüße euch wir haben gehört dass bei youtube laufen immer so interessante filmchen die bestimmte produkte darstellen die sind alle ganz toll und das muss man ja auch mal kundtun tja und hab ich gedacht das können wir im gecko natürlich auch und deshalb fangen wir damit jetzt mal an einmal pro woche ziemlich cool ich habe mir hier was ausgesucht und das ist ja vor allem für unsere zielgruppe besonders interessant und dann schaut mal drauf sehr kuschelig sehr wunderbar glitzy glitzy man sagte mir das ist im moment total lieb finde ich klasse wir haben es da ihr seht es in allen formen und farben und wir sehen uns ich freue mich drauf bis dann